Ja hallo, hier ist der Katz Blumiau. Heute mal mit einem Gewinnspiel. Und zwar habe ich hier 36 Online-Codes von allen möglichen. Zum Beispiel hier Pasma Blast, also Englisch. Und dann hier noch so ein Zeug, xy, dreimal Pasma Blast. Dann, und hier so ein Zeug noch. Ganz viel eben. Das sind 36 Stück. Und, ähm, ja, die gibt es zu gewinnen. Ähm, ja, aber das war ja noch nicht alles. Ähm, ja. Hier ist noch vielleicht die Boxen im Hintergrund. Die habe ich da so hübsch hingestellt. Noch vom letzten Bus, äh, Opening. Ähm, die beiden Full Arts und die X. Da stehen nicht zum Torsten, falls es noch nicht. Ähm, ähm. Wenn ihr Full Arts habt, ich habe hier mal ein Tauschkarten-Update gemacht. Könnt da ja mal gucken, was ihr so braucht. Und ich würde sehr gerne Full Arts haben. Also, die beiden jetzt nicht. Außer, ihr habt sie vielleicht in Deutsch. Also, ich nehme sie auch doppelt. Hauptsache, ich kriege Full Arts, weil ich finde die cool. Die sehen schön aus. Ähm. Die X sind auch in Ordnung. Ähm. Ähm, dann würde ich noch sagen... Achso, ja. Okay. Ähm, dann gibt es zu Gewinn. Ähm. Ja. Dann gibt es zu Gewinn. Hier habe ich immer die Box. Meine Elektro-Karten. Da gibt es, ähm... Wollen wir es mal schauen... Ähm, zu Gewinn gibt es dort... Genau. Warte mal, ich muss hier schnell suchen. Ähm. Zu Gewinn gibt es, ähm... Einmal diese drei Pikachus. Einmal das alte hier. Dann das da. Und das da. Die drei, ähm... Gibt es zu Gewinn. Die drei Pikachus. Für die Pikachu-Fans unter euch. Und Sammler. Dieser Karten. So, dann... Noch ein Elektro-Karten... Zu Gewinn gibt es... Einmal... Dieses, ähm... Hier... Weiß ich nicht, wie es heißt. Das ist eine älteren Serie. Holland's Electrode. Dann gibt es noch zu Gewinn. Ich muss schnell finden. Ähm... Letzt mal eben... Das Wörtilam aus dem Adventskalender... Adventskalender. Dann... Ähm... Gibt es noch andere Typen Pokémon. Also noch von anderen Typen. Äh, so... Von Pflanzen-Pokémon. Das kommt jetzt gleich mal, ähm... Ähm... Ich hätte gerne... Warte jetzt. Ich hätte genau... Dieses, ähm... Lux-Toy hier gerne auch in Holo. Da. Ja. Ich hätte gerne...